Das besondere Highlight an dem Werkverzeichnis ist eigentlich, dass es eben einen Überblick über das Gesamtwerk von Marc Adrian bietet. Auch die Aktivierung des Betrachters, der sich auch bewegen musste vor den Werken. Und dem bewegten Betrachter hat er in seinen Werken eigentlich ein ständig wechselndes Bild geboten. Auf Wiedersehen!